Eins sagte ein weiser Mann, dass Liebe alles umarmen kann. So braucht der Mensch, wie ich, wie du, wie alle, vier Umarmungen. Eine Umarmung für den Körper, um die Wärme wahrzunehmen. Eine Umarmung für deinen Geist, um die Entschleunigung anzunehmen. Eine Umarmung für das Ego, um sich mit allen zu vertragen. Und eine Umarmung für das Herz, um die Träume nach außen zu tragen. Und es gibt noch so viel mehr, was wir umarmen könnten und sollten. Zum Beispiel Sorgen. Sorgen kennen wir alle. Ich kenne es, du bestimmt auch. Und Sorgen existieren doch nur im Morgen. Obwohl wir das wissen, planen wir und planen wir und planen wir. Und es ist im Endeffekt nicht der Plan des Lebens. Wenn unser Herz aber die ganze Zeit sagt und spricht, lieben wir, lieben wir, lieben wir. Lieben wir heute. Und am nächsten Morgen wird auch nichts vermisst. Und am nächsten Morgen wird auch nichts vermisst. Untertitelung des ZDF, 2020